Der Umsatz beim Metzinger-Modekonzern Boss ist im vergangenen Quartal erneut gleich zurückgegangen. In der Folge sank auch der Überschuss vor Steuern und Abgaben auf 108 Millionen Euro, ein Minus von rund 13 Prozent. Als Gründe nennt das Unternehmen vor allem die zurückgehenden Geschäfte in den USA und besonders in China. Dort habe der Metzinger-Modekonzern sogar Filialen schließen müssen. Negativ auf die Verkäufe wirke sich auch die Terrorangst aus. Die Zahl der Touristen, die aus Fernost nach Europa reisten und dort einkauften, sei gesunken, so ein Unternehmenssprecher.